Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren zu RohstoffTV und einer neuen Unternehmensvorstellung der Empress Royalty. Empress Royalty ist ein neues hochinteressantes Edelmetall-Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen, das am 29. Dezember 2020 den Handel an der TSX Venture aufgenommen hat unter dem Symbol EMPR und in Frankfurt unter dem Symbol 53G notiert. Unternehmensziel ist die Konzentration auf den Aufbau eines starken Portfolios globaler Investitionschancen in Edelmetall-Mienenunternehmen mit Projekten im Entwicklungs- und Produktionsstadium. Das einzigartige Geschäftsmodell von Empress macht sich den stabilen Cashflow und die langfristigen Kapitalgewinne von Streaming- und Royalty-Investitionen in der Bergbauindustrie zu nutzen. Mit dem Fokus auf globale Gold- und Silberprojekte zielt Empress darauf ab, ein vielfältiges und robustes Cash-generierendes Portfolio an Investitionsmöglichkeiten zu schaffen, das sowohl für seine Aktionäre als auch für seine strategischen Partner in der Bergbauindustrie Werte schafft. Diese strategischen Partnerschaften sind entscheidend für den frühen Erfolg und das zukünftige Wachstum von Empress Royalty. Die wichtigen Partner sind Endeavor Financial in London, Terra Capital in Australien und Accendo Banco in Mexiko. Diese verschaffen Empress Royalty Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten und bringen dem Unternehmen eine einzigartige Expertise im Bereich Bergbaufinanzierung, Dealsstrukturierung und Zugang zu den Kapitalmärkten. Das sind Großbritannien ansässige Unternehmen, Endeavor Financial fungiert als einer der Investmentmanager des Unternehmens und hat in der Vergangenheit 500 Millionen US-Dollar an Lizenzgebühren und Streamfinanzierungen sowie 8 Milliarden US-Dollar an Fremdfinanzierungen abgeschlossen. Der Boutique Investmentmanager Terra Capital ist Empress Royalty's Tor zum australischen Investmentmarkt, während Accendo Banco exklusiven Zugang zum mexikanischen Royalty und Streaming-Investment-Möglichkeiten bietet. Zusammen mit diesem Unternehmen verfügt Empress Royalty über eine sehr starke Aktionärsbasis, da bis auf 30 Prozent der Anteile alle in festen Händen von Management, strategischen Partnern und weiteren institutionellen Investoren liegen. Aktuell verfügt das Unternehmen über 17 Millionen kanalische Dollar an liquiden Mitteln und hat keine Schulden. Geleitet wird der Aufbau dieses Portfolios von einem Team erfahrener Führungskräfte mit insgesamt 250 Jahren Geschäftserfahrung und 6 Milliarden Dollar an Bergbautransaktionen. Als CEO und Präsidentin fungiert Alexandra Woodire-Sharon, die in das Bergbaugeschäft quasi hineingeboren wurde. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bergbau und hat im Laufe ihrer Karriere im Investmentbanking mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an Finanztransaktionen im Bergbau abgeschlossen. Nach einer Ausliederung von Alto Ventures erwarb Empress zunächst 13 Gold-Royalties, darunter Grundstücke im Explorationsstadium, von Osisko Mining, Big Ridge Gold, Weston Mines und Sanatana, Ressources mit Netto-Schmelzabgaben zwischen einem halben Prozent und 1,5 Prozent. Mittlerweile ist das Portfolio auf 16 Royalty- und Streaming-Investitionen angewachsen. Zu den wichtigsten zählen der Abschluss einer 1-Prozent-Netto-Schmelz-Lizenzgebühr mit Candelaria-Mining für das bald Cash-produzierende Pinus-Projekt in Mexiko. Das Projekt befindet sich zu 100 Prozent im Besitz von Candelaria und liegt im Bundesstaat Zacatecas, dem zweitgrößten Gold-Produktionsgebiet des Landes. Als Gegenleistung für die einprozentige Netto-Schmelz-Lizenzgebühr wurde ein Gesamtbetrag von 1,5 Millionen US-Dollar gezahlt. Die PEA, das Pinus-Projekt, zieht eine durchschnittliche Jahresproduktion von etwa 13.000 Unzen Gold-Aquivalent bei einer Lebensdauer-Dermine von sieben Jahren vor, wobei die Aussicht auf Steigerung besteht. Der Produktionsstart ist für das erste Halbjahr 2022 geplant. Zu den weiteren Meilensteinen für Empress Royalty gehört der Abschluss einer Investitionenhöhe von 2 Millionen US-Dollar für eine 2,25-prozentige Lizenzgebühr auf Manika, einem Gold-Projekt in Mosambik. Es wird erwartet, dass das Projekt noch in diesem Jahr in Produktion geht und somit Cashflow generieren wird. Zusätzliche Exklusiv-Erklärungen für weitere Investitionen sind unterzeichnet bzw. abgeschlossen. Dazu gehört eine Silverstream-Investitionenhöhe von 5 Millionen US-Dollar in ein Weltklasse-Projekt von Telson Mining in Mexiko. Die erste Produktion wird für Ende 2021 und die Vollproduktion für Anfang 2022 prognostiziert und die Einnahmen aus dem Silverstream sollen bei über 180.000 Unzen Silber pro Jahr liegen. Darüber hinaus sind zwei weitere Investitionen in Peru und Kenia in Vorbereitung und es werden derzeit mehr als 10 Edelmetall-Projekte mit einem Investitionsvolumen von über 100 Millionen US-Dollar evaluiert. Nicht nur der Fokus auf die sofortige Cash-Generierung und die einzigartige Expertise durch die strategischen Partnerschaften unterscheidet dieses Royalty-Unternehmen von seiner Konkurrenz. Auch das Bestreben einer sofortigen Dividendenausschüttung nach dem Erreichen einer stabilen Einnahmenbasis hebt Empress Royalty Wohltuend von anderen Unternehmen ab und macht es interessant für die Zukunft. Bitte beachten Sie auch unseren eingeblendeten Disclaimer. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.